Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected Sehr schön, sehr schön So, ich würde noch gerne mehr Ölschilfe holen Wir haben keine mehr So, wie sieht der Strom aus? Minus 68, ok Ja, müssen wir auch beim Strom was tun So, nachdem Dienstag ist, ist Wüstentag Sorry, ja So, dann würde ich mal sagen Burn 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 Und Burn Ja So, ein bisschen was können wir da trinken Sehr schön So, für den späteren Ausflug Wir schaleifen Och, der Speer ist schon geschaleifen So, jetzt schauen wir da mal nach oben Während es da unten brennt Ja, der Weg ist schon cool Ist schon ganz weit Aber Wir brauchen hier So, Decken Nö, Dächer Genau Hier Jawohl So So Das muss aufgestockt werden Sowas aber auch So Da müssen wir Überall Eins höher gehen So Jaja Das ist notwendig So Und in den Dingen dazwischen Kommt, auch wenn es ein Schock ist So So Da weiß ich noch nicht, wie wir das dann höher bauen Das ist falsch Das ist falsch Das ist eins zu weit drüben So Gott sei Dank können wir da reinspringen Oh So Wir machen mal den hier Machen mal Moment Den hier Das müssen wir weiter rein versetzen Natürlich So Wende So Das kommt hier her Das kommt hier her Da kommt gar nichts her Das kommt hier her Genau Und Das kommt hier her So Und Hier über den Türen Kommt das auch Jawohl Nein Über der Tür Über der Tür Genau Und hier Und hier Wunderbar Über der Tür Und hier Ja wir müssen es Wir müssen es so setzen Ah Okay Und Hier So Die Tür sitzt verkehrt Wie mir gerade aufgefallen ist Ich hoffe Das stört mich später nicht So Die ist auch verkehrt Nö Die ist nicht verkehrt So Da Da Und Die müssen wir es noch ändern Ja Das passt so So Und Hier Wunderbar So Das werden wir später dann einbauen Jetzt mal hier runter Feuer löschen Was für ein Wetter Feuer löschen Feuer löschen Feuer löschen Löschen So Wir nehmen das mal raus Wir nehmen das mal raus Da packen wir einen rein Dann haben wir da Acht 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 Da kommt einmal Nagel Einmal ist gut So Das packen wir gleich in unser ATV So Wunderbar Diesmal kein Hühnchen mehr betäuben Das Nö Oh Die ist ja auch bald fertig Oh Passt da keiner mehr rein Sowas aber auch Wenn wir da tätrisch spielen Hilft das auch nix So Wunderbar Und die Nägel lassen wir im Inventar Okay Okay So Dann würde ich sagen Wir bringen da oben mal die Sachen an Und dann schauen wir weiter So Und so Ah wir haben wieder keinen Wagen mit Ei 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 So Wir nehmen den hier Wunderbar Also Ja Fangen wir da hinten an Naja Das ist es heute Wir hätten den Wagen mitnehmen sollen So Dann würden wir uns auch viel ersparen So Ups Nein Es ist zu weit So Und die Dinger da Komme ich da rauf Komme ich da rauf Ja Komme ich Ganz knapp hinstellt Okay Mhm Okay Gut Das ist alles in Ordnung Hallo Mike So Wenn man sich da ganz knapp hinstellt Dann kann man Haben wir keine Brettchen mehr Na So Dann holen wir uns noch Brettchen So Die stellen wir schön dazu Da sind ja auch noch ein paar Ups Sehr gut Sind wir bei durch Sind wir bei durch Ja Und der Mike kann schon laufen Der läuft da unten Gerade Jetzt haben wir nicht mal gesehen Na Macht nix So Da Öl ist auch noch genug drin Das ist gut So Wir nehmen das mal mit Sehr schön So Schauen wir da mal gleich her Innen haben wir es zugebaut Yeah Dann kommt noch er Oh yeah Ja super Super Und schon kann er wieder ein bisschen Holz fehlen So Da stellen wir uns ganz nah dran Ganz nah dran Und ganz nah Moment Jawohl Herrlich So Das nehmen wir mal da mit Dann werfen wir da noch weiter Damit hier gesägt wird Während wir nicht da sind So Oder drüben fehlt ihr noch Okay Dann brauchen wir das noch schnell fertig Hier Ich dachte mir der Mike ist da So Dann er hier Wie viel fehlt jetzt Keiner weiß es Oh da fehlt ihr auch noch Gut 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 So Wir nehmen ja sowieso Einige von den Brettchen mit nach unten Wenn wir ja unten auch wieder Brettchen brauchen So Das machen wir hier Und da Und da Sehr cool So Wir nutzen gleich Bevor wir aufbrechen So Natürlich Natürlich habt ihr das gewusst So So Treppe Ja 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 Und Brüstung Ja 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 So Einer noch Dann die Treppe fettigmachen. So, einer noch. Ist sich wunderbar mit dem Holz, das Mike eingelagert hat, ausgegangen. So, ich möchte gerne hier das fertig machen. Die können wir auch fertig machen. Und da, Holzdecke, bam. Danke, lieber Mike. Du machst das großartig. Wunderbar. So, wir haben ein paar Rädchen mit. So, noch einen Schluck trinken. Das ist echt nur viel, was man da an... So und so. Super. Ja, passt so. Okay, dann haben wir das mal. Jetzt machen wir gleich den. Hängt hier fettiges Fleisch, würde ich es gleich essen. So, was brauchen wir mit die Brötchen? Ich möchte gerne mit dem Brötchen das hier anfüllen. Ja, wunderbar. Und das hier da, wunderbar. So, ein paar Brötchen sind da. Die will ich gerne oben reinlegen. Oben reinlegen ist gut. Und zwar, Dough in die Glashäuser. Da rein. So. Da können wir jetzt noch theoretisch... Geht das noch platzierbar? Lager? Nö, aber sonstiges. Ja. Das schmale kriegen wir da ja nicht rein. Aber wir könnten eines da reinstellen. So. Da steht ja eines. So, Saat hinzufügen. Aber was nehmen wir? Nehmen wir das. Wunderbar. So, und da müssen wir aus meiner Sicht sehr wohl... Nein. Nein, 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 nein. Aus meiner Sicht sehr wohl noch einiges dazu stellen. Entweder so oder so. Und ich tendiere zum so. Ja, ich weiß, das sind einige. Uh, der ist jetzt hässlich daneben gesetzt. Okay, das muss ich aushalten. Einfach weniger oft reingehen. Höhöhöh. So, ja, das geht so. So, und... Ja, hier. Super. Dann machen wir mal den, 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 den. So, wir holen uns Brätchen. Moment, wir brauchen noch Nägel. Nägel können wir uns von unten wunderbar holen. Wunderbar. 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 Wir nehmen das hier. Machen... Das hier. Bäm. Und... Das hier. Dann haben wir bei 150 Nägel. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Jetzt haben wir uns Brätchen. Brätchen. Wir nehmen wir bis zur Gewichtsgrenze. Jawohl. Ah, das war einer zu viel. Einer zu viel. Wegen einem. Okay, dann packen wir da rein. Und Bäm. So. Super. Ab ins Galasshaus. Wir nehmen auch noch mit den und den und den. Gehen. So. Da sind wir jetzt zwar überladen, aber das hört sich gleich auf. So. Hier hinten. Ein bisschen Mais. Eins. Zwei. Drei. Jawohl. So. Mehr Brätchen. Wahnsinn, oder? Was wir hier auch wieder für einen Brätchenverbrauch haben. Mike muss aktiv werden. Jawohl. Wahnsinn. So, jetzt haben wir dreimal die Gorke. Eins, zwei und drei. Dann haben wir hier Kartöffel. Eins und zwei. Und hier machen wir einfach Zwiebel. Und hier. Yeah. So, Samen reinpacken, was geht? Bam. So, und da müssen wir rauf. Die Frage ist nur, wo man den Aufgang bauen. Ich zeige es von oben. Zeige es von oben? Ja, ich zeige es von oben. Moment, da lasse ich ein paar Brettchen. Da könnte man Brettchen herrlich einlagern. Super. So. Ich zeige es mal von oben, wo ich hin möchte. Mit euch. So, wir stellen uns da mal auf den Holzständer. So. Wir haben ein Dach. So. Wir haben hier oben eine Art Plattform und hier unten eine Art Plattform. Und da will ich rauf und ein paar Photovoltaik-Module draufstehen. Ja, klingt komisch. Will ich aber machen. So. So, da. Super. Bringen wir da mal schon hier ein. Der Mike hat schon was geholt. Das ist gut. So. Und wir brechen gleich auf. So. Das werfe ich da auch noch rein. Und das auch noch, damit der Mike alles neu befüllen kann. Sehr schön. So. Ja, wir gehen mal runter. Ja, einmal. Ein paar Nägel trocken wir. Acht Nägel brauchen wir mit. Den Rest brauchen wir gar nicht. So. Nägel. Da, da. Und ja, was weiß ich da. Acht. Ja. Da würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg, meine Lieben. Ein paar Minuten haben wir ja noch in die Erfolge. Die werden wir nutzen. Um noch mehr Nägel mitzunehmen. So. Wunderbar. Dann haben wir noch. Acht Stück. Und. Haben wir da drüben noch. Ah, wir haben da drüben kein Eisen mehr. Okay. Wollen wir das nochmal einschmelzen. So. Wir haben hier mal 10. Wir haben da drüben, wir haben da drüben, dass wir zwei Extrakteure in die Wüste noch dazu platzieren können. So viel hätte ich gerne mit. Beim. Das passt. So. Dann haben wir hier. Nö. Nö. Ah, wir müssen uns auch wieder um Biomüll kümmern. Ui, ui, ui. So. Alles schon getrocknet. Das ist gut. Die leeren wir dabei auch aus. Wir brauchen auch mehr Lehm. So was aber auch. Ja, wir brauchen enorme Mengen Ziegel. Für die vier Füße. Und ab jetzt den normalen Turm nach oben. So, ich packe das da mal rein. So. Wobei die Frage, das sind ja unsere Transportkisten für oben. Wenn wir die schön anfüllen. So, und die richtig voll sind. Oh, cool. Das ist toll. So. Was haben wir da jetzt? Wie wert seid ihr? Fast fertig. Wunderbar. Ah, löschen. Wir brauchen. Naja, Moment. Wir haben hier mal. Drei, sechs, neun. Zwölf. Fünfzehn. Drei dazu. Sollten theoretisch, also ungefähr, mehr oder weniger. Nein. So. Mehr oder weniger. Dreimal fünf. Ne? 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 So. Dann passt's. Du hast jetzt einen zu weh. Mhm. So. Wunderbar. Vorher, bevor wir losfahren. Ein Schallok. Wunderbar. Ja. Mike kann inzwischen arbeiten. Das ist fein. So soll es sein. Und wir machen die Ausfahrt in die Wüste. Mehr Öl Schiefer. Für mehr Öl. So weit ist der Weg ja nicht. Ja. Und dann hätte ich mir gedacht, bis zum Wochenende, vielleicht am Wochenende, werden wir wieder eine Plündertour machen. Den Lucky Looter würde ich mir gerne. Also den, den, jetzt weiß ich nicht, wie er auf Deutsch heißt, wie richtig heißt, bei der Traderin, dass der Loot wesentlich besser und stärker ist. Dann können wir Elektrik plündern. So. Wieso ist es denn so nebelig? Es wirkt so nebelig. So. Wir sind ja gleich da. Ui, da stehen die Ticken. Na wenigstens. Der zweite hat ein bisschen länger gebraucht. So, meine Lieben. Und ja. Ich hoffe, das nächste Update kommt nach meinem Juli. Nach meiner Juli-Abwesenheit. Ich werde tatsächlich den ganzen Juli über nicht in der Lage sein, aufzunehmen und so weiter. Das heißt, es muss wirklich viel vorproduziert sein. So wie es aussieht. Ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass wir vielleicht doch neue Folgen dazu produzieren können. Aber. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du und ich werden jeden Tag eine Folge haben, auch wenn ich nicht da bin. Ja, ist so. So. Eigentlich wollte ich eher zuerst in die Wüste. Aber wir können auch zuerst bei der Trader Ring reinschauen. Ist ja auch gut. Ist da nicht schon irgendwo mal die Tür? Doch. Ja, gut. Ja, gut. Toll. Vom eigenen Anhänger erschlagen. So. Wir machen mal alles da rein. Wir machen mal alles da rein. Wir machen mal alles da rein. Alles da rein. Alles da rein. Und da alles da rein. Alles da rein. Super. So, jetzt werden wir gleich wissen, wie das heißt. Lucky Luther heißt es nicht oder so. Wir wollen wirklich fast vom Anlänger da schlagen. Wahnsinn. Ah ja. So. Interagieren. Glücksräuber. 450. Okay. So. 400. Wurscht was. Verkaufen. Kaufen. Ja, wobei. Elite-Läufer wäre super. Das wäre super. Finde bessere Beute. Ach so, ja. Sehr gern. Dankeschön. So. Dann haben wir den Lucky Luther. Ab in die Wüste mit uns. Da ist auch einiges drin. Alles verschieben. Dafür legen wir das mal da rein. Da haben wir alles verschieben. Oh, ja. Sorry. So. Zwei Extrakteure sollten wir bauen können. Was sehr, sehr gut ist. Hallo Prügelmann. Denn er droht die Prügel an. So. Wir sind es ja gleich. Ja. Bedeutet. Wir werden jeden Tag eine Folge haben. nur lediglich bezüglich der Updates. Bin ich mir nicht sicher. Es kann also sein, dass wir bei dem Projekt, das wir machen, und ich werde schauen, je nachdem zu wie viel ich komme, ob wir nicht auch ein zweites Projekt machen können. Das wäre ja auch schön und witzig. Aber schauen wir mal. Ich möchte gar nicht mehr außer ein Projekt versprechen. So. Und eins weiter. Da. Super. Nö. Ja. Und was fehlt hier? Drei Brettchen. Das ist jetzt. Oh. Will er nicht. Gut. Strom an. Yeah. Strom an. Yeah. So. Wir laufen daher. Machen diesen hier. Diesen hier. Yeah. Da kommt ja doch ein bisschen was an Ölschiefe zusammen. Das ist gut. So. Wir schauen da mal rein. Na. Alles rein. Das raus. Raus. Entsorgen. So. Dann nur noch zwei. Das ist gut. Ja. So. Das. 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 Da haben wir im Inventar. Das. 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 Ich lege wieder. Zurück. Das. Wollen wir einmal benutzen. Na. Da. Wollt ihr nicht drüber. So. Und so. Super. Wir haben den Glücksräuber. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Meine. Meine Lieben. Wir beenden genau hier an dieser Stelle diese Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Ich switch gleich rüber mit euch. Bis dann. Tschüss. Ich bin unter anderem.